Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Farthest Frontier. Ich dachte, ich hätte so eine Minimap, die hier so aufhört. Dann habe ich mal angefangen, ein paar Punkte zu setzen, dass die hier erkunden. Man sieht, hier oben geht es weiter. Und auf der anderen Seite die Nahrungsverräter. Da werde ich mich gleich darum kümmern. Und auf der Seite geht es wohl auch weiter. Ich kann nämlich hier überall Fähnchen setzen. Und überall, wo ich Fähnchen setzen kann, da könnte ich auch hinlaufen. Aber offensichtlich ist der See riesig groß. Und hier überall kann ich keine Fähnchen setzen. Wie man sieht, hier geht es nicht an. Kann man da vielleicht eine Schiffswerft bauen irgendwann? Das könnte ja sein. Das ist ja hier. Die Gegner kommen dann wahrscheinlich irgendwo von hier oder von da. Also von hier, ne? Okay, ich brauche Waffen. Dafür brauche ich schwere Werkzeuge. Also schwere Werkzeuge. Okay. Friedenheit, Ressourcen auf Lager. Was haben wir denn hier? Soldaten. Nee, ich will Ressourcen. Ich will Ressourcen gucken. Hallo? So. Schwere Werkzeuge. Wir haben keine schweren Werkzeuge mehr. Das ist nicht gut. Das ist so gar nicht gut. Ich brauche einen Händler. Äh, ich brauche einen Händler, der mir schwere Werkzeuge verkauft. Was ist hier los? Feldfrucht, Krankheiten, Braunrost. Okay. Ähm, welcher Feldfrucht war das? Die. Ja, das ist ja dann nächstes Jahr nicht mehr. Von hier haben wir nichts eingestellt. Ja, Unkrautniveau. Zack, 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 zack. Erstmal den da rein. Und dann, äh, ja, weiß ich nicht. Das und das. Und im nächsten Jahr das gleiche nochmal. Okay. Da liegt Fleisch rum. Warum? Hm, wir wollen auch noch einen Jäger. Ne, das ist Sammlerhütte. Da war doch noch irgendwo ein Jäger. Da? Ne, Sammlerhütte, Sammlerhütte. Hatte ich nicht hier irgendwo ein Jäger? Eine Jagdhütte? Da ist eine Jagdhütte. Wo soll der jagen? Ich weiß es nicht mehr. Ah, ich glaube, da hinten, ne? Ja. Aber. Äh, Pause. Wo genau ist das? Ach, guck an. Okay, was ist das? Für ein Tier. Oh Mann, Mann, Mann. Jetzt ist er gestorben, oder? Haupt von der Haupt hier angegriffen. Von einem Bären? Ne. Ja, ja. Die erkunden halt hier jetzt, ne? Aber das muss sein. So. Hier habe ich vorsichtshalber mal eine Jagdhütte hingebaut. Und ich werde wohl wahrscheinlich jetzt hier auch eine Jagdhütte hinbauen. Weil hier gibt's Rehe. Okay. Ja, also geht die Map doch noch ein bisschen weiter. Aber hier auf dem Wasser sehe ich nichts. Wieder? Was ist das? Ach, komm jetzt. Wieso hat die keine Lebensleiste? Ja, hier ist so ein... Kann ich das kaputt machen? Drei. Ah. So. Ein reisender Händler ist eingetroffen. Ich brauche schwere Werkzeuge. Ganz dringlichst. Wieso habe ich kein Gold? Bin ich ausgeraubt worden? Okay. Goldtransfer. Ähm. Wir transferieren mal so... Ja, mach mal. Mach mal, mach mal. Ne, tausend reichen. Tausend müssen reichen. Und vier. Jetzt muss ich ja sehr laufen lassen. Sonst passiert da nix. Ähm... Was verkauft ihr denn? Er verkauft. Äh... Was? Ne, verkauft. Ne, er kauft... Was ist das? Eisenerz. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Meine Dorfbewohner werden weniger. So. Eisenerz kauft er. Was kauft er noch? Baumstämme habe ich keine auf Lager. Oh, Eisenerz. Was passiert, wenn ich hier das Eisenerz verkaufe? Ich 600. Brauche mein Eisenerz. Egal. Ich muss jetzt Kohle. Reinholen. So, schwere Werkzeuge. 304. Ja, aber wo kann ich kaufen? Ja, genau. 35. So, glaube ich. 700. 2. Kaufen und transportieren. Ja. Lass mal laufen. Sobald die Kohle hier rüber geschifft ist. Warte mal. Wenn ich hier immer 1500 auf Lager haben will. So. Auf Lager halten. Ja. Und Firmen. Dann habe ich da immer 1500. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich unter da oben. Ja. Ja, weil hier schwer erkundet wird. Diesmal ist es auf der Seite. Oder? Doch. Auf der rechten Seite. Wie soll man denn hier drüber kommen? Junge, 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 Junge. Ja, da habe ich mir aber einen Platz ausgesucht da unten. Ich dachte mir, gehen die Bäume und so aus. Ah, ja. Hat er noch ein Leben? Mach den kaputt. Nicht immer zurücklaufen. So. Kadaver. Haupt der Gesicht. Noch eins. Oha, ein Bär. Oh, oh, Bär, Bär. Bär. Ganz schwierig. Ja. Das war es auch schon, ne? Er wird bald sterben, wenn er nicht zu einem Heilkundigen gebracht wird. Ja, und wie soll ich das machen? Wie mache ich das denn? Wenn ich mir hier irgendeinen Typen raussuchen oder ich höre mal. Jäger, wo sind sie? Jäger, 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 Jäger. Was ist denn da? Da muss ein Jäger mit drin sein. Jäger. Ich habe nur zwei Jäger. Ja, die ist ein bisschen zu alt. Ich nehme den mal. War mal was? Soll bitte. Wo war das jetzt? Wo war das? Hier. Was hier? Da. Oder? Ähm. Ja, geh du mal da hin. Wo ist Barnabas jetzt schon wieder hin? Ach, Mann. Jäger. Jäger, Jäger, Jäger. Barnabas. Barnabas, bitte. Ich darf nicht mit Rechtsklick scrollen. Barnabas. Das war hier oben irgendwo. Muss ich halt mit den Pfeiltasten abrücken. Okay. Nee. Nee. Komm. Da, ne? War doch hier, oder? Da liegt sie. Das ist Barnabas. Geh da hin. Oder ist er schon tot? Hä? Hallo? Dorfbewohner ist verwundet, aber irgendwie kein Plan. Ich hab wirklich keine Ahnung. Aber also, wir müssen uns den Weg hier sicherer machen. Da kommen immer drei raus. Kann ich den Wolfsbau vielleicht kaputt machen? Wolf. Ja, ist klar. Du hast einen Abbau und Wolf. Geht nicht. Nee. Haut nicht hin. Das ist der Wolfsbau. Ja, gut. Dann ist es wohl nicht zu ändern. Ja, schwere Werkzeuge habe ich. Oh, warte. Pause. Auch noch mehr schwere Werkzeuge. Komm. Ding, ling. Ding, ling. Okay. Schwere Werkzeuge. Da. Händler 1. 304. Gleich noch mal ein paar kaufen. Für alle. 3. E. 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 Das hat ja noch nie funktioniert, ne? 1, 2. Kaufen und transportieren. Ich könnte noch einen kaufen. Kaufen und transportieren. Laufen lassen. Ah ja. Oh, unser Handelszentrum ist neu aufgebaut. Oh, ein neuer Händler ist eingekauft. Ein neuer Händler ist eingekauft. Ei. Nee, oder? So, kauft hier Eisen. Erz. Wir haben 28. Würde ich mal alles verkaufen. Gegenstände verkaufen. Oh, was haben wir noch? Null Holz. Nee. Was macht Händler 2? Was kauft der Schönes? Äh. Was kauft der Schönes? Steine. Oh, Körbe. Wir haben 14 Körbeauflager. Ja. Verkauf ich die komplett. Oh. Verkauft der auch schwere Werkzeuge? Nein. Verkauft nur Müll. Ja, dann. Dann ist es das. Traubtier gesichtet. Wieder einmal. Oh, das sind drei? Das ist nicht gut. Das ist gar fünf? Oha. Das war's mit meinem Dorfbewohner, oder? Jo. Das ist nicht gut. Ja, ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Und er ist an Tollwut erkrankt. Ja gut, aber das ist ja jetzt sowieso egal, er ist tot. Dann kann er ruhig erkrankt sein. Ähm. Ja, da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir durch. Erkundet werden muss. Ich hab da schon irgendwas erkundet. So ein bisschen, aber auch nicht die Welt. Irgendwo noch was Besonderes. Ihr guckt euch das an, wie riesig die Karte ist. Und ich baue hier auf diesen kleinen Zipfel und komme halt hier nicht weiter. Man kann ja auch keine Straße hier so drüber legen, oder? Nee. Versuch das mal, wenn es nicht so eng ist. So? Warum kann ich keine Brücken bauen? Das ist gemein. muss doch Brücken bauen können. Warte mal. Bauern verwalten. Alte Umschalt gedrückt, um die Auswahl aufzuheben. Was für eine Auswahl. Freuplan. Hat ich hier nicht einen zweiten Turm hingestellt? da. Nee, da. Bitte priorisieren. Mann, Mann, Mann. So, wie sieht Essen aus? Essen sieht nicht gut aus. Die hier. Bretter brauche ich dafür. muss ich wahrscheinlich hier noch ein paar Bäume füllen und Steine. Und hier ist nichts mehr zum abbauen markiert. Ach so, nicht so gut. Hier vielleicht noch ein paar da noch der ein oder andere hier. Da sind noch welcher markiert. Da geht drüben. Hier unten ist nix. Hier ist noch was. Da ist noch was. Kann man noch weghauen. Hier haben Wasser vielleicht. Hier so ein bisschen. Wie sieht's aus? Wie sieht's hier aus? Er braucht schwere Werkzeuge werden für die Arbeit verwendet. Da soll auch schwere Werkzeuge herstellen. Ja. Und er hier macht Eisenerz. Okay. Er braucht schwere Werkzeuge. Und hier mal ein Lager hinstellen vielleicht. Lager. Lagerhaus oder Lagerhaus. Lagerhaus. Nee, das mit den Raubtieren wird so schnell nicht mehr besser, denke ich mir. Da kommt ein Lagerhaus hin. Schnell bauen. Feindgesichtet. Achso, das Ding. Hallo? Hallo? Guck mal, weg da. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, wenn ihr alle da rumlauft. Äh, Parkierung entfernen vielleicht mal. Sonst laufen die ja da ja immerhin. Ja, das ist, äh, nichts in der Sache. Schon tot. Junge, 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 Junge. Mach die platt. Los. Ach, tot. Die sind aber echt brutal drauf, die die Wölfe hier. Ich brauche Militär. Ja, ist gut, ich habe es ja verstanden. Ja, geh nach Hause. Kommt da einer mit dem Wagen. Warte mal. Ja, komm, macht den Wolf kaputt. Ihr beiden, macht den Wolf kaputt. wird das doch zu zweit schaffen. Also, geht doch. Aber das kann so nicht bleiben. Ich brauche, ähm, ja, siehst du, Schwerter. Schwerter sollen hier bitte auch, so, wo ist das Lagerhaus? Ist noch nicht fertig, ne? nie. So, er braucht schwere Werkzeuge und er soll schwere Werkzeuge herstellen. Auch zwei schwere Werkzeuge? Eieiei, eieieiei. Wie viele hatte ich denn gekauft? Ich habe keine Pfeile, ich habe ich habe gar nichts mehr. Schwere Werkzeuge. händler 1 also er eben der händler 2 war hat keine schweren werkzeugen das gibt es doch nicht schwere werkzeuge wo stehen die denn doch ich habe vier schwere werkzeuge dann sollte das doch funktionieren ich werde aber trotzdem hier mal verteidigungsanlagen eine kaserne bauen denn ich baue ich die sogar hier ich glaube hier ist gut wenn sie denn hier hin passen dann kannst du nämlich unseren handels posten auch noch das ding hatte ich nämlich glaube ich auch noch nicht gebraucht priorisieren ok weiter geht's ja 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 aber unser handels posten ist jetzt auf stufe 2 jeder aus doch an sich sehen lassen da stehen kühe vor aber nicht so gut sehen gut dann bedanke ich mich für das zuschauen wir sehen uns dann beim nächsten mal gehabt euch gut und tschüss tschüss